Die hat schon mit ihren 8.000 PS ordentlich Carbon unter der Haube und schafft, wenn kein Zug dran hängt, auch schon mal 200 km an. Wow, und wie schwer ist das Ding? Also gute 80, 84 Tonnen liegt das gute Teil und liegt schon ziemlich stabil hier auf den Bleist. Ich sehe, dass wir kommen in den Jahren ganz Deutschland quasi. Jawohl, die wird unterwegs sein und das wird sozusagen der Markenbotschafter oder die Markenbotschafterin sein für Jungtrainierende Olympia, beziehungsweise Jungtrainierende Paralympics. Und wir hoffen natürlich, dass möglichst viele Leute, die wir sehen und inspiriert werden von der tollen Botschaft und sich für dieses tolle Engagement eben weitergaben. Ja, schauen wir uns an.